Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Unten, unten, oben, oben. Drei, zwei, eins. Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Let's play Mario Kart 8. Unten, unten, oben, oben. Hahaha, ich bin so witzig, J. Hat gerade schon mal geklappt. War das gelogen gerade? Nuh-uh. Das erste nicht, das zweite schon. Okay. Boah, voll der Lüger, ey. Ich dachte gerade schon. Heute aber auch Betrayed, oder? Heute ist es hart für mich. Weil ich heute die Adventure-Map- Heute kam die Brutus-Adventure-Map-Folge raus, ja. Es ist die Weide mit der Kuh. Alles klar, Team? Oh yeah. Boah, endlich mal ein geiles Team, nicht mehr Hadi und Zwerg. Boah, was ein Glück. Das ist wieder ein kompletter Absturz. Nein, natürlich nicht. Also hauptsache nicht mit Chris. Er fühlt sich nämlich richtig genervt. Aber ist auch nicht verwunderlich bei dir. Nee, kann ich. Ich würde auch genervt. Na scheiße. Jay, bitte übertreibst du. Nein! Boah, alter Peter. Und jetzt wäre es direkt hinter mir. Jetzt, äh, Jay und ich. Okay. Fahrt nicht in mich rein, bitte. Oh, lol! Hast du das gerade ernsthaft gemacht, Jay? Nee, nee. Das ist echt ein kleiner Wichser. Wieso schießt du eine Grüne nach vorne, wenn ich der einzige Fliege bin? Das lag daran, dass ich öfters mal L-ZL gedrückt habe. Und, ähm, ich wollte es zweimal gerübt. Alter, jetzt hat Jeremy auch noch gar auf der Straße gerammt. Was soll das? Du bist gegen mich gefahren, sorry. Auf jeden Fall. Ich habe hier da so einen Grün, ey. Du dürft echt nicht zu nahm mich reingehen. Okay, das zackt ihr jetzt gerade. Wir sind ineinander geslidet, Bram. Ja, natürlich. Aber das, das... Ey, das gibt's doch nicht. Ja, aber das war wirklich in einem Nullersliden. Der ist, total. Ich. Schießt trotzdem, komm schon, bitte. Bitte. Bitte schießt trotzdem. Ich bin jetzt immer... Leute! Kommt sie denn her? Keine Ahnung. Die Grüne kam von vorne. Wer hat die geschossen? Alter, jetzt bin ich sechster. Ich war erster. Ist ja ein Witz. Ich musste ein schlechter Witz. Wow. Das ist ein Witz. Ja, Mann. Kommt schon, komm schon. Ich hab den zweiten geholt. Ah, tut mir leid, ey. Ich wurde so durchgereicht. Vom ersten auf den fünften. Aber es ist der Plasivor. Du darfst ein bisschen bis zum Team und reißt irgendwas, aber nee. Ja, echt mal, Jay. Ich wurde von den... Die Grünen hat, glaube ich, Peter abgeschossen oder Bram. Laber doch kein Bullshit. Niemand war vor dir. Als fünfter hab ich die sich gar nicht abgeschossen. Ja, stimmt. Ich verstehe so endlich. Ich stehe. Das ist Jays Projection, weil der vorher mich abgeschossen hat. Ich bin eigentlich. Ich wollte die Trust. You cannot handle the Trust, Peter. Du hast doch die Grünen abgeschossen. Und ich hab keine Grüne abgeschossen. Du kannst die weiter auch gar nicht aufzuhören. Ich hab vorher eine Grüne abgeschossen, ja, aber die hat eine blaue. Boah, wie im Kindergarten hier. Boah, die hat doch mal die Klappe. Jawohl. Jawohl. Ich hab wieder mal die Karte, Mensch. Jetzt voll Bock auf Sonnenkopf. Weißt du, wenn du mit Jay zusammenspielst, direkt wieder Hass auf alle, nur weil der versagt. Boah, ich hasse dich, Peter, ey. Wie bei seinem Nachtweiß. Ich versuch's nicht. Aber ich bin ja jetzt der Harmonie-Jay. Du bist Harmonie-Jay. Ihr wolltet, dass ich jetzt Harmonie-Jay bin. Boah, Peter, du beschwert dich die ganze Zeit, dass ich ja alles hasse. Jetzt mich Harmonie-Jay. Das ist ein richtig behinderter Zufall gewesen. Das war die Scheiße. Aber ich bin immerhin nicht letzter. Echt nicht? Okay, ich bin letzter. So, jetzt kommt uns mal nach vorne. Christian, nichts nach hinten! Oh, sorry. Boah, Adi, ey. Boah. Alter, hab ich keine Booten reingefahren. Ey! Sorry, Jay. Ich bin wieder letzter, ey. Ja, ich bin jetzt letzter. Wir sind vierter, fünfter. Ja, jetzt benutzt die doch auch mal. Oh, shit! Was ist die? Genau, die meint ich. Keine blauen benutzen, Team. Keine blauen benutzen. Leu. Oh, sorry, Peter. Ich bin nach dritter. Christian ist hinter dir. Okay. Wir sind voll dritter. Wo kommen die ganzen Tanzbären hierher? Tanzbären? Ja, das sind irgendwie viel mehr, als ich erwartet hab. Was sind denn Tanzbären? Also komische Tanzbächer halt. Das sind Shygeist. Du meinst die K-Bees. Scheiße. Das sind keine K-Bees, das sind Shygeist. Ah, ja, stimmt. Shygeist, sorry. Mann. Du bist nicht fünfter. Ich bin vierter. Ja, ich bin sechster. Ich hätte gerne auch... Was hast du denn mit der Rakete, bitte? Ja, das hab ich mich auch grad gefragt. War nicht geil. Ja, kein Ding. Ich bin noch fünfter geworden. Schön. Oh, ich glaub, du bist letzter, Bram. Ja. Ah, Bram, ist kein Problem. Weißt du, wir sind ein Harmonie-Team. Wir machen das locker. Weißt du, selbst wenn du ein bisschen mal schwächelst, schwächelst, nächste Runde bist der Erste. Was ist denn da passiert, Bram? Hat dich Jay weggemacht. Der mit der Rakete weggemacht. Das stimmt nicht. Ich hab dich nicht damit berührt. Das stimmt nicht. Das hab ich in der Aufnahme. Ich hab dich nicht damit berührt, Alter. Deswegen stand ich danach auch die ganze Zeit rum, oder was? Das war der Blitz. Eigentlich war es Peter. Eigentlich war es Peter, ja. Aber auf jeden Fall der Peter. Egal, Harmonie-Team. Das passiert halt. Du bist zweiter geworden. Peter, du hast die Violette wieder abgeschossen. Wir sollten eigentlich Vote-Kick für Peter machen. Das ist genauso wie bei Bram mit GTA, wo er das Auto nicht berührt hat, angeblich. Wo ich mit ihm im Auto saß. Ich hab das nicht berührt. Ja, guck dir meine Aufnahme an. Ja. Ich hab's leider nicht in der Aufnahme. Aber das ist genauso wie bei Bram mit der Rakete. In der Ego-Perspektive. Ja, du hast auch, siehst du auf der Karte, dass ich stehen bleibe. Oh Gott. Züge, ich mag Züge. Dreimal hintereinander auch. Ja, kein Problem. Züge. Das sieht ja noch ganz gut aus, insgesamt gesehen, was die Punkte angeht. Der Peter ist richtig geil heute. Richtig eine Ehre, mit ihm zusammen zu spielen. Ich bin so froh. Danke Jay. Ich weiß, dass du's ernst meinst. Mein mich auch ernst. Bin jetzt Harmonie-Jay. Oh shit, ey. Mein ich auch ernst. Und nicht Ironie-Jay. Das ist nicht irgendwo. Kann auch Ironie-Jay raushauen. Alter, wer hat die Scheiß-Bananda auf mich? Ups. Das klingt irgendwie nach Ironie-Jay. Was? Nee. Ja, was? Weil den Adi beleidige ich. Das ist Harmonie-Team. Zu! Alter. Ja, ich musste. Da möchte ich mir ein Items kriegen. Nein! Boah! Fuck off! Fick dich! Oh. Da kam der Scheiß-Boomerang zurück, Peter. Sorry. Da hat sich ja schon wieder ein Team mitgekriegt. Das klingt mir leid. Ist krass. Ich hab einmal einen berührt jetzt. Einmal, ja. So rum ich schon. Wer ist erster? Wer ist erster? Ist mir egal. Äh, ich. Aber ich hatte zum Glück so ne Trompete. Oh, das ist mal ein Laufensziel. Was war denn der für eine Kampete-Rakete? War richtig den Marsch geblasen. Was war denn der für eine Kampete-Rakete? Oh, Alter. Oh! Wer hätte da das Feuerding genutzt? Ja, ich hab das genutzt, aber irgendwie hat sich das überhaupt gar nicht getroffen. Ja, der hat mich nur- Alter, der hat mich nicht getroffen. Das war ich nicht. Ich hab ne rote geschossen, aber die hab ich definitiv auf, äh, ich weiß gar nicht wer geschossen. Auf der? Ja, ich hab eine gewohnt. Ne, auf, 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 auf die vier platzierten. Da hab ich drauf geachtet, dass ich keinen von uns treffe. Ne, Chris, du bist oben noch nie lang gefahren. Boah, Sam hat echt viele Rakete. Ich hab da übrigens noch keine Einzige gesagt. Wow! Ich bin ja gar nicht. Von nicht. Alter, die Erdwerte sagt, ist nicht dein Ernst, sag ich, bin vierter geworden. Ich bin nur ein Dritter. Ich bin doch erster geworden. Du bist doch ein Dritter geworden. Ich war erster. Das stimmt doch gar nicht. Wie konnte ich denn an dir vorbei? Ey, wie kann der denn ein Dritter werden? Christian, jetzt erklär mal bitte. Du bist zweiter geworden. Geiles Team, Leute. Super Nacht. Der andere hat abgekürzt, Christian. Außer war das nach der Kurve. Wie sollte ich denn da lenken, bitte? Weil ich vor dem aus der Kurve rausgekommen wäre. Man kann übrigens mit der Rakete lenken. Klar, minimal kannst du... Ja, natürlich, aber nicht nach der Kurve. Du kannst auch in der Kurve ein bisschen minimal links und rechts lenken. Ja, wenn meine Rakete so groß ist wie die Kurve und Christian auch voll drin ist. Nein, ist ungefähr so groß wie ein Fünftel der Kurve. Wie ist deine denn so groß wie die Kurve? Boah, deine Mutter ist so groß wie die Kurve. Boah, langweilig das Gespräch. Snap. Ja. Außer die geilen Mutter. Ich finde das voll geil von Bram und Piet gecarried zu werden. Die sind richtig gut, die Jungs. Stimmt, du hast nur neun Punkte. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, Leute. Du hast nur noch ein Punkt, dein Jepp, Alter. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Du musst mal kurz abbeischen. Was machst du denn? Der Bananenbruch? Da richtig die Krümel aus deinem Mund geflogen sind. Nein, das ist der Schuppe, wo ich hin. Ein Schokobrötchen. Ein Schokobrötchen. Hey, die sind voll geil. Nee, kommt drauf an, was für ein Schokobrötchen. Ich finde geil diese Croissants, die mit Nutella gefüllt sind. Oh Gott, Peter. Boah, war das crazy, Alter. Ja, lass mich ruhig ein Red, ist jeder in so eine Scheißballer. Was ist das für eine Scheißballer? Boah, Junge. Da bin ich wieder mal gefallen. Ach, dann war die crazy Strecke. Die war echt crazy. Da fällst du ständig runter, ne? Die sollte Chris erwischen, hoffe ich. Ja. Ja. Da ist Peter. Peter. Das tut mir so leid, das ist krassig. Wen habe ich getroffen mit der Rakete? Peter. Sorry, Peter. Sorry, Peter. Pass auf, pass auf. Ich wollte das Auswahlding anhalten. Und das macht man ja, indem man das Ding ins Drückt. Aber in der Sekunde, exakt in der Sekunde, hat er das schon ausgewählt. Und damit direkt abgeschossen. Ey, das war, ist bei mir auch so passiert mit der Grüße irgendwann bei der Maulung. Endlich habe ich es auch mal. So, da kommt eine Rakete. Doch, da kann ich gerade sein. Ja, warte, ich tippe, dass es Sepp ist. Mal gucken. Nein, das war ich. Oh, krass. Nein, Fehler gemacht. Ey, Bram, wenn gleich noch. Oh, shit. Jawohl. Ist sie dann direkt irgendwie auf dich gelockt, oder? Kannst du nicht hier noch bitte stehen? Wie konnte ich denn da bitte drüber fliegen? Oh, maaann. LOL, Peter. Gib Gas. Nein. Gib Gas. Ich wusste gar nicht, dass da das war. LOL. Das hält er mich noch mal an. Scheiße. Das ist doch diese, das ist ja kein Rundkurs. Das ist ja diese. Hab ich voll nicht gecheckt, dass da eine war. Gott, Team, es tut mir so leid. Ich konnte leider nicht so carryen, aber jemand. Du bist so eine Flasche, Alter, was? Ihr seid so geil. Boah, Jay ist ganz schön scheiße. Ich bin froh, mit deinem Team zu sein. Uiuiuiuiuiuiui. Äh. Wir haben genauso viele Punkte wie Sepp. Boah, Shy Guy freut sich richtig. Ich... Höhöhöhöhöh ... Oper nice. War doch Spaß. Luigi hat sich auch freut. Aber der hatte... Der ist noch so klein, der hat das Spiel noch nicht verstanden. Höhöhöh. Cart. Bin zwei Jahre verletzter geworden. Dann hast du mal freuen. Ba, ba, ba. Bleib, bleib, bleib drin. Bram und Piet waren richtig, richtig geil. War richtig schön, mit euch in Team zu sein. Das stimmt. Bram war echt gut. Er ja, Peter. Xu foi. Es war leid, dass ich da nicht so gut war. Kurz der Tatsache, dass du mich zweimal abgerissen hast. Aber das waren echt unglückliche Dinger. Das ist ja krass, dass das irgendwie jetzt schon das zweite Mal passiert ist. Egal, ich muss mehr aufpassen. Danke vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.